Hallo liebe Zuschauer und seid herzlich willkommen zur 50. Folge von Let's Play Minecraft Survival Games Ungeschnitten. Und da das eine Sonderausgabe ist, haben wir Gäste dabei, der Ego ist dabei und Mr. Ungeschnitten persönlich ist dabei, Tom von AnyArtLP. Willkommen. Hi, du warst auch dabei, wie ich höre. Klick, 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 klick. Ja, was machen wir? Drei Runden Survival Games, würde ich sagen, oder wie? Genau. Das kenne ich ja sehr gut. Ja, okay, gehen wir mal los. Ja, wir haben jetzt neue Maps draußen, Flint and Steel in Tier 2s, wir haben ganz viel neuen Kram. Habt ihr schon gespielt? Jo, ja, die neuen Maps haben wir angespielt, aber nur mal so, noch nicht die besten Routen, aber doch ganz erfolgreich. Wo wollen wir dann reingehen? 101. 101, ja. Ja, wird eine volle Runde, glaube ich, mit vielen Leuten. Ähm, aber wird schon, ich denke wir drei werden Team, ich muss nur gucken, der Cookie Wookiee ist in meinem Clan, ich muss mal gucken, was mit dem ist. Eigentlich muss ich mit dem Truths haben, keine Ahnung. Der Ego ist ja auch mit dem Clan. Wunderbar. Hauptsache, ich komme nicht mehr rein. Ich auch nicht. Was? Okay, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich drin. Ja, gut. So. Alter, ich dachte, das wäre schon super voll jetzt. Okay, es ist eine voll geile Premium-Runde, haben wir geil. Jo, neue Lobby gibt's auch, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Mit einem neuen Jump'n'Run. Mit so, mit so Sneak Peaks für die einzelnen Maps finde ich eigentlich ziemlich nice, in jeder Ecke. Ja. Und für was wollen wir denn voten? Achso. Ja, wollen wir eine neue oder lieber, lass mal Richtung Fallon gehen, oder? Ja. Ich vote mal vier. Ja, ich auch. Ich glaube, Fallon ist jetzt für die erste Runde am besten irgendwie. Jo, jetzt ist es voll Premium. Jo, das dürfte relativ hart werden. Mal schauen. Okay, dann lassen wir den einfach mal ein bisschen, oder? Ich habe das Jump'n'Run geschafft. Wo ist denn das Jump'n'Run eigentlich? Wenn du reingehst, dann das zweite auf der rechten Seite. Ach da, okay, ja, stimmt. You clanked your victory, congratulations. Steht auf der 1. So. Ups. 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 Und gefallen. Oh, Fallon. Wunderbar. Yay. Ja, okay, dann haben wir da schon mal ein paar gute Routen auf jeden Fall. Ähm, ich werde eine andere Route laufen als normalerweise. Okay. Glaube ich. Macht mehr Sinn. Ja. Ja. Wohin wollt ihr lang laufen? Ähm, mir ist ziemlich egal. Ja. Ja. Ansonsten, lass uns versuchen, dass wir zusammenbleiben. Ich glaube, das ist am besten, wenn wir, ähm, zusammenbleiben, weil dann haben wir bessere Überlebenschancen. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja. Wo sollen wir dann hinbegehen? Ähm, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also in das Haus schau mal nicht, weil du da ja sonst immer reingehst. Oder meistens. Ich würde sagen, lass uns mal versuchen, ähm, komm, lass mal versuchen, keine, keine T2s zu nehmen, sondern lass mal Richtung Steinschwerthaus gehen. Okay, geil. Also, weil ich glaube, das ist die beste, ja, die beste Entscheidung. Ja, okay. Ähm. Aber am Spawnen schon, oder? Gut. Anders Sinn macht es, glaube ich, nicht. Ja, Thunaufteilung. Ich nehme, nimm du die Rechte am besten. Ich nehme hier die linke. Eisenhelm, Eisenbarren. Ich glaube ein Goldschwert. Gut, wunderbar. Alles schon mal gut. Ich lass gleich einen Kettenhelmen fallen für jemanden von euch. Ich glaube, Space World LP läuft zum Steinschwert. Nein, dann laufen wir zum Steinschwerthaus. Ja. Ähm, wunderbar. Ich lass kurz den Helm fallen. Jo. Danke. Ich nehme mir schon mal ein paar Sachen mit. Ich habe schon mal Flint gefunden. Ich habe eben, in der allerersten Runde, habe ich eben auch den Stil gehabt. Das ist schon ziemlich OP, finde ich. Okay, ja. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja, du, also, die brennen relativ lange, die Leute. Ich habe zwei Erfahrungsflaschen, insgesamt jetzt. Aber ich denke, man muss sich auch erst einspielen, dass man da mit Flint den Stil und so umgehen kann. Ja. Hat gut geklappt beim ersten Mal tatsächlich. Also, ich habe relativ, ja, sofort zwei Leute quasi mit dem Flint den Stil getötet quasi. Habt ihr beide ein Schwert? Ich habe noch ein Steinschwert. Ich habe noch ein Steinschwert. Und da kommt der erste an. Ja, Evenkits. Den muss man sofort erledigen, leider. Einfach alle metzen. Ja. Stalking, Evenkits. Super. Schalten wir mal in den Chat jetzt tausendmal wahrscheinlich gleich. Aber sicherheitshalber. Ich habe noch eine Erfahrungsflasche. Jo, nice. Gib mir die. Schmeiß mir die ins Gesicht. Komm, 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 komm. Ach. Ja, fast. Ich erinnere mich nicht vor. Hier ist noch ein Holzschwert für jemanden. Hier ist ein Dia für jemanden. Einen Eisenbahn für jemanden. Ihr nehmt auf. Ihr könnt hier noch ein Batsamba machen. Danke. Hier hinten ist noch eine Truhe. Hier hinten ist noch eine Truhe. Okay, okay, pass mal auf. Nochmal hier. Was denn? Mal eben zwei Level zusammen. Geil. Geil. Okay. Bräuchte man ein Hanisch? Wäre ziemlich geile. Ja, ich auch ein Hanisch. Aber nicht für dich. Ey, was? Ähm, ein Tier bräuchte ich, dann habe ich zwei Level zusammen. Oder hier ne... Alter! Noch ne Erfahrungsflasche. Okay. Wir haben Erfahrungsflaschen gehabt. Reicht erstmal zum Überleben. Ich habe noch ein Steinschwert für jemanden. Oder wir verzaubern halt zwei Steinschwerter. Ja, würde ich auch. Dann liegt aufm... Liegt aufm Weg. Dann nehme ich es mir gleich... Dann hole ich es mir wieder. Oder gib mir das nochmal kurz. Ich habe eins. So. Dann verzauber ich einfach die beiden hier. Oder wir gehen nochmal kurz hier nach oben zur Tee zu erstmal. Vielleicht haben wir noch einen Hanisch. Und ich gebe den Schwert kurz wieder. Safety first erstmal. Ja. Hier ist das Schluss. Ja, ich habe eh noch eins. Achso. Okay, oben ist schon leer. Okay. Oh, T2 ist aber noch voll. Eisenbarren noch. Habt ihr Stickies, einer von euch? Nein, leider nicht. Okay. Dann würde ich sagen, hier nimm mal den Stick. Achso. Dann haben wir schon mal zwei... Ach, den... Eisenbarren. Eisen, genau. Wir können auch das Eisenschwert auch noch holen, ne? Wir bräuchten aber erstmal Rüstung, finde ich. Ja, das wäre nicht schlecht. Ähm... Da komm, ich verzauber jetzt ein Steinschwert aber nur. Achso, ja. Weil wir könnten uns jetzt noch ein Eisenschwert craften. Wahrscheinlich gleich. Und wir können auch noch Eisenschwert holen. Hier. Okay. Macht dann mehr Sinn, wenn wir hier gucken, dass wir irgendwie da so... Ist ja immer noch relativ voll, ne? Die Runde. Ähm, hier dürfte wahrscheinlich schon alles weg sein. Ja. Ist auch schon... Hat hier, hat hier mal ein zufälliger... Ach, gib mal einen Eisenwaren her, bitte. Einen Eisenwaren. Wir machen keinen Zweites Steinschwert, Eisenschwert, sondern... Wir machen jetzt kein Feuerzeug. Soll ich auch eins machen? Ja. Ja, wenn du das kannst, dann mach's. Ja. Ich mein, es ist ziemlich OP, weil gerade wenn das neu gecraftet ist, ist es richtig OP. Du verbrennst damit die Leute so unglaublich krass. Wie oft kannst du da circa Feuer setzen? Ja, schon ordentlich. 15, 20 Mal oder so. Okay, geil. Mach mal ne Feuerzeugrunde. Neue Challenge. Genau. Ähm, da seh ich jemanden. Noch aufpassen. Pukkiwuki ist im Team leider, weil ich darf den nicht angreifen. Ihr dürft den angreifen. Ich hab aber nicht. Nein, ich nicht. Ist das Problem? Nur Tunebrit darf ihn angreifen. Ja. Ja. Wir können auch mit dem Team. Ja. Da kommt aber noch ein Team. Da müssen wir drauf. Der Team. Alles klar. Da kann auch der Pukkiwuki helfen. Versuch ihn den Weg abzuschneiden. Ne, geht irgendwie nicht. Mal gucken. Wollen wir mal hier so lang. Immer noch kein Hanisch ey. Was ist denn das für ein Scheibigser? Ja, egal. Ja, okay. Das wird deren Tod sein. Auf jeden Fall. Push mal eben alle. Oh fuck. Okay, der gibt die ordentlich, ne? Ach. Ja. Der ist tot. Ich hole eben den Hanisch. Nein, ich bin auch tot gleich. Wow. Creeper hat ordentlich Pfeile. Was ist hinter dir? Pass auf. Ja, ich muss leider. Sorry, Creeper. Gut. Und schon sind wir nur noch drei. Wunderbar. Hinter dir. Pass auf, pass auf, pass auf. I'm dead. Wow, wow, wow. Ich kann ihn anzünden quasi, ne? Pintig. Pass auf. Hier ist ne Angel. Ne, ne? Nein, leider nicht. Ja, ich muss nach oben leider erstmal, weil ich es nämlich anziehen möchte. Also erstmal weggehen alle leider. Ja, würde ich auch sagen. Wunderbar. Da ist Hukiwuki, wir müssen aufpassen. Ich zieh mich mal kurz um. Brauchst du noch irgendwas? Sag mal schnell, was du noch brauchen könntest. Hose und Hanisch. Ähm, Hose. Danke. Hanisch. Perfekt. Hukiwuki ist tot. Immer noch keine Angel leider. Ich auch nicht. Okay. Achtung, sie kommen von hinten. Okay. Okay, er macht das gut. Ja, okay. Das ist ne Klappe Sache gerade hier. Weil FC Monzo ist natürlich auch relativ gut. Ah, das war natürlich jetzt ein Fehler. Ah. Ja. Wir müssen, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Ja. Lass uns mal hingehen, wo kein Wasser ist, damit wir die anzünden können. Hast du auch noch ein Feuerzeug? Ja, genau. Okay, wunderbar. Dann lass uns die gleich mal zusammen anzünden. Wow. Nein. Wow, 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 wow. Nein, nicht sterben. Tu mir einen Gefallen. Hör auf zu sterben. Nein. Scheiße. Alter. Wie hat der mich noch bekommen? Ah. Okay, der mich auch tot. Ich wollte, ich wollte die eigentlich anzünden, das ist eigentlich relativ ungeil gewesen. Ja, ich hab's auch versucht, aber irgendwie hab ich nicht getroffen, scheinbar. Ah, naja. Kommt besser gleich in 113 oder, keine Ahnung. Ähm, ja genau, lass ich mal jetzt nächste Runde. Okay, ähm, kurz mal haben. Es ist gesieben. Was kann ich denn nicht haben hier? Meine Bitte. So, ähm, wo gehen wir rein? Irgendwo anders. Ja. 100? Ja, 100. Schreib mal eben in den Chat. Aber ja, wir hätten, ja, mhm, ne? Wir hätten gucken müssen, dass wir ein bisschen... Ach, guck mal, der wäre man auch da. Wer ist das denn? So ein YouTuber. War da. Okay. Ja, Creepy Tint ist es wahrscheinlich. Der letzte nicht, eigentlich gar nicht, aber noch ein paar andere. Aber trotzdem ist es ja Creepy Tint. Kann man halt sofort sehen, weil er nicht gekickt wird. Okay, Cookie Wookie ist auch wieder da. Ist der gekickt, ja. Ja, mit dem sind wir der Team. Was wollen wir Voten? Ähm, voten wir mal für... Ah, SG4. Also Vote4, würde ich sagen. Euf. Ähm, ne, also wir hätten... Ach, das Problem ist, du kannst glaube ich nicht, ähm, das Feuerzeug auf die Person richten. Du musst auf den Boden richten, ist mir gerade aufgefallen. Ja, 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 genau. Glaube ich auch. Also... Das war halt das Problem gerade. Der Bergmann ist wieder... Hä? Und schon wieder weg. Creeper schreibt mich doch. Aber das ist der X-Batman jetzt. Ach so, ja, stimmt. Ja, das macht Sinn, ja. Haha, geil. Ja, ne, war ein bisschen... War ein bisschen doof jetzt von uns. Das helfen wir vielleicht. Aber die kamen auch super schnell aus dem Wasser raus auf einmal wieder. Kommen wir ein bisschen schnell vor. Jo. Wollen sie so treppen? Einfach so mitten... Leitern mitten drin hier? Ja, ich weiß nicht. Das ist gleich ein Fach. Wahrscheinlich. Ja. Und ich fall erstmal. Ja, das ist immer am Anfang. Bisschen, da geht's. Und ich bin der kleine Mann von nebenan. Links neben dir, Dom. Na, was? Links neben dir. Ich hab den kleinen Platz. Wo man klein ist. Ja, ich schreib einfach mal... Ah, ich schreib einfach mal, dass ich aufnehme, dann... Egal. Dieses Mal bitte kein Fährerteam, sorry. Ja, ähm... Wollen wir Hunger gehen oder eher woanders? Genau. Ähm... Gute Frage. Ich... 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 Nehme... Ich... Ich geh... Ich geh zum Hangar. Okay. Oder lass uns... Ne, lass uns... Hä? Wie geht ihr normalerweise? Äh, hangar. Meistens deine Hoten, ne? Woos? Ja, geil. Ich wurde sowieso schon weggeboxt erst mal. Ich hab ne Eisenhose und ne Kettenhose. Okay. Ich geh mal Richtung Flugzeug. Ah, okay. Da bist du. Wunderbar. Ähm, relativ safe sind wir... Nein, da vorne ist schon jemand. Ah, ist schon jemand sofort rausgegangen. Okay, der geht aber nicht zum Hangar. Äh, Cookiebook ist hinter uns. Alles safe. Von rechts kommst du. Wunderbar. Dann machen wir... Loote du am besten, Igor. Und wir machen einfach... Alter. Lass das sein. Jetzt auch schon. Eins. Okay, ich lauf mir eben weg. Gute du am besten, Igor. Pass auf. Achtung. Eine macht zurück. Scheiße. Wow. Wow. Ja, ich werde sofort getargetet von dem harte Typen. Ja, den Typen. Nein, Alter. Ja. Ja, ich lauf einfach erstmal weg, ne. Hol du, hol du, holt ihr Stuff am besten, um irgendwie... Ja, Igor ist eingesp... Nein, es kommt da, es zockt hoch. Scheiße. Keine Chance. Ich war hier einfach mal ganz gechillt. Ja, schade. Da hatte er schon ein Steinschwert, wo wir noch nichts hatten, leider. So. Oh. Ach, ich hab ne schöne Tastenkürzel. Ähm. Haha. Einsetzen. So. Ähm, ja. Toll. Help at spawn, würde ich mal... Ja, genau. Wie, ja, ich hab jetzt noch drei Herzen, ne. Ich hätte ein Steinschwert für jemanden von euch. Ach, du lebst immer noch? Ja, ja, ich bin im Hangar. Eingesperrt. Oh Gott. Eingesperrt, ne. Ja, aber fürs Deathmatch. Oder wenn man die Lava wegmacht und dann könnte ich bisschen was rauswerfen, aber... Solange du verfolgt wirst. Äh, macht wenig Sinn. Wo ist denn Cookie Wookiee? Kannst du eben spektaten, wo Cookie Wookiee ist? Lebt der überhaupt noch? Ich schau. Doch, er lebt noch. Er ist, ähm, am Bahnhof. Na. Bei nem Parkplatz. Soll ich mal sagen, dass Cookie Wookiee irgendwo hinkommen soll? Dombo bist. Fakt, ja. Ja, gut, ey. Dass ich nicht schreiben kann. Ich kann schreiben. Ja, läuft Richtung... Ja, schreib. Schreib. On. Blaus, Blaus Haus. Oder nie, Bahnhof, Bahnhof. Schreib lieber Bahnhof. Nein, jetzt geht er wieder... Schreib Bahnhof. Schienen. 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 Wookiee geht Richtung Bahnhof. Nein. Nee. Er geht erst, äh, die Leiter zur Feuerwehr hoch. Er hat auch irgendwie gar keinen Stuff. Leider. Ähnlich. Achtung. Ja, geil. Scheiße. Ja gut, im Endeffekt Kann ich mehr laufen Sind beide Welle Ah Kumpel hat mich weg Wer ist denn? Der ist denn? Dankeschön So nette Leute Liebt ja noch der andere Typ, ne, ne? Mann ey So ein Typ wartet die ganze Zeit beim Hangar Kann er da auch gar nicht, ich kann immer nicht raggen Cookie ist beim Bahnhof jetzt Kann einfach nicht raggen Lol Gib mir Essen Ja, gib mir Essen Alter Oh Scheiße Also wir Team jetzt dann mit Dingens, ne? Neues Team hier formiert Gib Ah Nein, sterb ich Nein Scheiße Essen Essen Ja, Pfeile, geil ey Okay, gut Irgendwie ist das Spinnennetz in der Lava wieder weggekommen Was? Ich hab Spinnetz gesetzt und ist irgendwie so geschmolzen Ja, der ist alles tot, als er scheiße Naja, du gewinnst das für uns Neinst du? Klar Ja Warum bin ich mit meinem Schanz eigentlich gerade? Ich pröpple ey Ey, ich hab zwei Herzen, was soll ich denn machen? Ich kann nicht raggen Ja Essen? Oh Mann ey Ich will auch nur irgendwas zu essen haben Ich hab auch wirklich gerade richtig Hunger Okay, Gehübe spektatet auch schon Oh, scheiße Haha Haha Hahaha 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 Mh, wunderbar geile nein mach Essen macht doch Brote Junge ich will doch nur ich will doch nur Regen ich möchte nicht viel im Leben ach das ja da ist ein Chest noch mit Essen drin sehr schön es wurde ja jetzt auch das ein Zimmer Essen geedit also die neuen Fische und so so wunderbar weil nice okay wunderbar dann schafft man es doch in die Arena dann gewinne ich euch die Runde ach so ein scheiß beschiss am Anfang diesem scheiß Schwuchteltypen der meinte ich verfolge einfach mal die ganze Zeit ja na klar mach das mal ob ich die Leute hasse zum Glück hat er mich nicht bekommen allerbeste was passieren könnte mir hangar ist zu sonst habe ich auch nur scheiß das darf eigentlich so im Prinzip sieht es nicht so gut aus gerade ich laufe mal so meinen Weg jetzt ab kannst du mal sagen wo der Idspickman ist und der Brobson und der Marlock und so Idspickman verfolgt Brobson und die sind im Spawn im Spawn in welcher Richtung laufen die gerade direkt über den Spawn Richtung Bahnhof wahrscheinlich aber Kucki Mucki und Dings der andere Typ Kripp kommen jetzt drauf na okay Richtung Bahnhof der eine Richtung Bahnhof aber am Spawn noch in der Nähe sorry Brobson aus dem Hinterhalt ich sie nicht treffen kann ja schön und und Assassinen was ja da fühl mal mich drüber Nice Nice GG sorry schreibe ich immer wieder pro forma in den Chat so wunderbar hat er noch irgendwie sie hat gehabt ne bessere ne Nix besseres ne Schade eine Pfeile noch Kucki Wow Kucki Rucki in wen ist der gestorben Marlott wo sind die ähm der ist da bei diesem Haus wenn du Richtung Osten gehst was ist das Haus denn also da wo es dann auch in den Keller reingeht da wo er geht es in der Osten Richtung Hangar, ja. Ja, zwei gegen... Alter. Kommt auf einmal jemand an. Wow, Creeper kennt ihn auch. Und hier geht gerade eine Diskussion um, irgendjemanden, der hacken soll. Ja, dieser Inspeakman hat angeblich gehackt. Ja, auf jeden Fall. Er hat mich auch gerade gekillt mit einer krassen Range. Ja, geil. Okay, dann schauen wir mal kurz das Deathmatch noch an, vielleicht. Weil wirklich alles sagen, dass er Hacker ist. Auch die schöne neue Arena. Genau. Naja. Ja, man sieht's mal jetzt nicht wirklich. Okay, Creeper, das war nur auf 7 Hz, ne, natürlich. Naja, so. 101. Wie lange noch? 36. Okay, es sag ich 1001, schreibe ich da rein. Dann kommen sie mal wieder alle hinterher. Sollen wir jetzt mal für die neue Map Rusty oder sowohl? Ja, Wood 1 ist das? Ja. Jo, genau. Wood 1, okay. So, wunderbar. Ach, Gobblechen ist auch dabei. Ja, was soll ich denn machen? Äh, guck, wie die Dings die Racer nochmal der Creeper, wenn er hackt ist, natürlich. Na ja, Hacker gibt's immer wieder. Ja, aber Weiße, es sind einfach so. Ah, ich kenn ja den Weg zur T2, zur OP-Sache hier nach Osten lang. Ja, ich glaube. Ja, zu diesem Tempel. Genau. Ja, genau, zum Tempel. Ja, da gehen wir da lang, oder? Okay. Wenn's ihr jeder weiß, passt das. 7383 oder sowas. Ja. Oder 3, 7, 8. Ne, 7, 3, 8. 7, 3, 8, 3 oder sowas. Ja. Äh, 7, 3, 8, 3, ja. Oh. Ja, ich werd das natürlich das Ganze irgendwie liken oder auf Facebook teilen, damit ihr das auch alle mitbekommen. Nice. Wann kommt die Folge raus, wisst ihr das schon ungefähr? Morgen wahrscheinlich, ja. Ja gut, wunderbar, dann kann ich, ja. Äh, Frieden kann man, kann ich, kann man nicht machen, ne, wegen Cookie Wookie. Ja. Ach, hinten wieder raus bei mir, glaub ich. Aua. So. Beißenwaren, wuhu! Ihr war geil, ich bin ins Spindels gerannt. Das ist sehr clever. Ja. Ich hab ne Steine. Jetzt hier lang, in die Richtung, ja, ne? Ja, so im Nordosten. Ich bin bei dir eben. Ja. Ich freu mich gar nicht, hinten zu gucken. Ja. Das glaub ich. Ja, wir sind schon Richtung Tempel unterwegs. Ich hab zwei Eisenbahnen, da ist ja auch ein Verzauberungstisch und Stickies, äh, Sticks, wo ich vor allem noch, ne? Und ne Werkbank, natürlich. Ah ja, da ist auch Raum. Igor, hast du schon ne Waffe? Ich hab ne Waffe, ja. Ja, und ich hab aber sogar auch jetzt zwei Enchantment-Bowen mal wieder gehabt. Sehr nice, weil da ist ein Enchantment-Table drin. Ja, ich weiß. Und eine Workbench, für die, die es noch nicht wissen. Holzagss, glaub ich jetzt auch. Ja, noch Stickies wären ganz nice. Mal schauen, wie viele noch ankommen hier. So, seid ihr schon im Tempel? Ja. So, für die, die es noch nicht wissen, die... Ach, was denn da kommt? Cookie Wookie? Und wer ist da noch? Ach, Creeper. Sorry, ich darf nicht. Sorry. Geht nicht. Dankeschön. Er läuft schon weg. So, euch gehen wir gleich mal runter. Wow. Das Versteck und keine Chest außer die Tier 2 ist da. Tier. Cookie soll auch mal weggehen. Achso, nee. Cookie ist ja im Team. Okay. Das ist ja in meinem Clan, ich darf nicht. Ja, in meinem auch. Ja, ey, welchen kleinen Wicht denn du? Ja, komisch. Die Anyart. Ich bin irgendwie nicht... Was ist da für mich? Ähm... Stickies vielleicht? Hier. Nein. Sag nicht nein. Cookie Wookie, hier. Wir haben schon den Code eingegeben. Sticks? Sticks, 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 Sticks. Sticks, 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 Sticks. Keiner Sticks? Nein. Ich nicht. Leider nicht. Ist ja nice. Ja. Schon jemand? Okay. Hier war ich hier drin. Nee, ne? Gerade. Kannst du noch irgendwas cooles auf der Map? Ja, im Nordosten, glaube ich. Oder so ist ein Schiff. Da sind auch einige drin. Oh ja, ganz viele. Hab ich auch schon gehört, ja. Unten ist einer. Das ist Creeper. Das ist natürlich wieder... Ich hab nichts zu essen. Ja, ich kann dir essen geben. Ja, gib mir mal essen, bitte. Ein, zwei Sachen. Creeper, rennen. Aber Creeper ist nicht im Clan, oder? Soweit, ich weiß nicht. Er hat ja gar nicht so ein Stuff. Er ist uns halt einfach nur nachgerannt. Beziehungsweise dir. Wollt ins Fernsehen, ey. Ja. Oh, Stickies. Geh mal kurz zum Spawn. Das war ein Steinschwert drin gewesen in der Tour unten. Geil. War ich eigentlich schon Harnisch hier, oder? Da ist Creeper. Da läuft er. Ganz einsam. Ähm, so. Eins. Und eins und zwei. Und eins. Und wunderbar. Ja, Creeper. Alter. Wups, wo denn? Was war das? Wo? Ähm, bisschen Richtung... Ah, keine Ahnung. Hä? Bisschen Richtung, keine Ahnung. Ja. Bisschen weiter weg noch. Aber Creeper ist doch, glaube ich, auch im Clan, oder? Da ist der Mund. Ja, wieso kann ich den denn nicht... Sag mal, wo leckst du rum, oder was? Ja, der leckt übel. Alter. Ich treffe ihn auch nicht. Alter, ich sterbe. Ja. Der ist einfach mitten im Boden drin gewesen. Mitten in dem Boden drin gewesen. Und dann aus einer Range. Alter. Krass. Der ist ein Schwerz gefallen, das ist ein Katschieb. Ja, genau, der hat mich gekillt. Ja, der hat mega geleckt und eine krasse Range und irgendwie alles, ey. Ja. Deswegen ist es auch was schönes, dass du heute jetzt dabei bist. Ja, ich freue mich, ich mache gerade nur ein bisschen mit Creeper-Ding ein bisschen Speskes. So, ja 50 Folgen ist ja auch schon, wie oft bringt ihr jetzt das Format, oder die Folgen? Wir haben leider noch keinen Uploadplan, also ja, sporadisch. Ja, drei, vier in der Woche, genau. Also uns hat halt einfach bei dir so gut gefallen, wir waren so überzeugt davon, haben uns gedacht, ja, keine Ahnung, einfach weil es uns auch selbst Spaß gemacht hat, das aufzunehmen. Und neben Minecraft spielen wir noch Half-Storm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ja, spielst du aber nicht selbst, ne? Äh, ne. Gibt es da immer noch diese Beta-Keys, nur momentan? Oder sind sie mittlerweile frei zugänglich? Ja, mittlerweile. Ja, ich hab's dir mal angeguckt, wollte da mal eigentlich auch ein paar Sachen aufnehmen, weil ich dachte, das klingt ja ganz geil, so Karten, da steh ich eigentlich voll drauf, aber... Ja, irgendwie, naja, ist doch nichts für mich gewesen. Ja, ich glaube auch ein Großteil unserer Abonnenten kommt daher, aber... Okay. Ja. ...unser vielen 89 Abonnenten, naja. Man kann schon sein und das schon mal. Wir haben ja immerhin auch unser eigenes Resource-Pack, das geben wir dann bei 100, aber es auch zum Download frei, wie die Leute dies wollen. Ja, ich glaube, ich darf Keks nicht angreifen, ich glaube, der Keks ist in meinem Clan. Ja, das kann sein. Glaube es zumindest. Ja, ehrlich, auch nur geboostet zumindest. Ja, ich geh nicht auf den drauf. Aber ich mein... Ist Tim der mit diesem Mr. Blume? Ja. Naja, wahrscheinlich. Alter, von hinten. Oh. Alter. Ja, Tim. Oh, guck. Jo, Jungens, kommt ihr mal wieder her. Dankeschön. Wenn ihr bereits einen Bodyguards hier habt, ne? Hammergeil. Ist schon geil, so eine Community aufzuhaben. Auwa. Verdammt, ich gleich. Einen noch. Nice. Ja, nice. Mit einem halben Herzen, geil. Alter. Der aber auch nur auf mich gegangen ist, der Typ, ne? Der wolltest nur auf mich haben. Naja. Du hast ja wohl auch viele Punkte. Bist ja auch 53. auf Hype, glaube ich, nach Vince. Ist ja auch schon stark geleistet. Ich spielst du jetzt eigentlich viel an deinem anderen Account auch. Geh einfach mal provisorisch auf die drauf. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ja. Ja. Es lagert mich zweimal. Gut, die gehen weg. Alles klar, gut. Gut. So kann ich mal was besseres anziehen hier. Ja, Cookie Wookie ist AFK oder was? Da ist er. Da ist er. Wir haben was richtiges an hier, Cookie Wookie. Dieser Poems sind uns auch wieder mit dabei. Cookie Wookie, wo läuft der denn rum? Irgendwann, bleib mal stehen. Alter, bleib doch. Er schenkt dir eine Rose. Ja, schön, ey. Es sind noch, wir sind noch 5 Leute oder 6? 5 Leute. 5 Leute, ja. Okay, da sind wir 2 vs. 2 vs. 1. Geile. Und Popsen ist alleine. Joa. So. Ähm, Angel? Nee. Dann bleiben wir mal am Spawn, würde ich sagen. Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen lang wird wahrscheinlich. Und ähm... Nein, das passt schon. Hier quasi nur so spektaterisch drauf seid gerade. Ich denke, das ist kein Problem für unsere Zuschauer. Sie sehen ja trotzdem. Action. So. So. Ja, ich schläge mal am Spawn jetzt. Jo. Sind ja noch 20 Minuten. Ja, aber irgendwann wird jemand kommen und äh, ja. Ja, pünktlich zum Chesterfield, wenn wir uns dann schon ankriechen. Hm. Ja. Okay, das andere Team geht jetzt auf Broxen. Okay. Ja, die machen ihn fertig. Ja. Ja, im Wasser hat er keine Chance. Ähm, wie heißen nochmal die anderen Maps? Die neuen? Ähm, Sea, 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 irgendwas, Sea Club. Und äh... Shifting Sense. Ja, genau. Ähm. Und Sea Globe oder so. Ja, ja, genau. Ja, eine so ne, eine so ne Wüsten Map auf jeden Fall noch. Das ist Shifting Sense glaube ich. Okay. Finde ich ein bisschen blöd, weil da kann man so gut targeten eigentlich. Weil... Ja, vom Spawn aus. Ja. In diesen Dingen. Okay. Ja, ja, das stimmt. Ist ein bisschen schade, aber... Ja, wenn man schnell genug wegkommt, dann geht's schon. Wie lange lebt denn Bobsen? Ja, im Wasser wangelt er die beiden relativ gut lag die ganze Zeit. Bisschen anfeuern, muss schon sein. Was machen die, really? Warum schreibt der denn really? Weil es hier wahrscheinlich teamen. Auf geht's. Ja, der flieht aber relativ schön, muss man sagen. Auf alle Fälle. Gehen wir mal Richtung... Sind die hier im Wasser noch? Nein, ähm, sie kommen jetzt spawnen. Das ist aber echt nice hier in der Stadt kann man als... Ah, ich sehe es immer. Alleine ist relativ gut fliehen. Die anderen beiden. Und John hauen sie auch wieder aus. Wir propsen den Spawn wahrscheinlich gleich. Aber warum laufen die beiden dann weg? Okay, ich gehe trotzdem jetzt propsen. Ist propsen lang gelaufen? Okay, erstmal refill. Jo. Erstmal refill. Sag dir Bescheid, wenn jemand kommt. Jo. So lang das legitimen ist. Die stehen da. Achtung, sie kommen, oder? Ja, ich habe nicht so viel Bock drauf. Ja, ich habe nicht so viel Bock drauf. Richtung Norden stehen sie. Nordwesten. Ja, das ist schön und gut, aber ich will eigentlich eher... Wow. Oh, die erschwert. Nice. 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 Leck rum. Wo ist denn der andere Typ? Ich sehe ihn immer. Noch nicht. Ich kann't tell. Ich kann't tell. Am Wasser. Wie lang läufst du, Cookie? Weißt du dem nach, oder? Jetzt sind die Spur verloren. Wo ist er? Er ist ins Wasser, irgendwo Richtung Nordwesten. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt ist eh gleich Deathmatch. Wie gut ich schreiben kann heute mal wieder. Habe ich noch irgendwie geilen Stuff oder so? Bessere Schuhe brauche ich eigentlich? Danke schön für die besseren Schuhe. So, nix fair. Okay, ist dann fair. Alles klar. Ich hasse die neue Arena, weil ich dann nicht mehr so geil von Anfang an sofort hochgehen kann, wie es sonst immer macht. Man muss sich halt umstellen. Bisschen. Dafür hat man auch nicht so viele Nachteile, wenn das Internet nicht so der Burner ist. Genau. Beziehungsweise man... Nein. Guck mal, ich kriege die Achtung. Oh. Ich mach das aber recht gern in der Mitte und um diese Lampen kann man geil umdrehen einfach. Ja. Ja. Nice, dann bekommst du. Ja, sehr nice. Sehr schön. Ja. Ach, GG my friends. Machen wir Steinschwertkampf. Steinschwert. Ähm, ich bin relativ gut Iron. Hast du, hast du ein Steinschwert drinne? Ein Steinschwert? Hab ich da ein Steinschwert? Steinschwert. Alter. Wieso kann ich nicht schreiben, weil es so dunkel ist hier? Mann. So. Ja schön. Wow, schön, Dom. Ja, dann hast du die Combo. Ja doch, nicht so wirklich, aber da hab ich noch was oben gegeben. Ja, nice. Jo, go, Andy Adler! Wunderbar, waren noch nice drei Runden dann im Endeffekt. Ja genau, Mord schreibt einfach noch Dom, die ist gleich knapp. Was? Ich schreibe jetzt erstmal hier eine EZ. For life. So. Ja, ich hasse die wieder so sehr, das war mein neuer Insider-Gag. Ab jetzt. Ja gut, ich hoffe euch hat auch die Aufnahme gefallen mit Dom. Schaut auch mal bei ihm, bei seinem YouTube-Channel dabei, falls ihr ihn noch nicht kennt. Link ist natürlich in der Beschreibung. Genau. Jetzt wirst du wirklich voll den Viewer-Zuwachs bekommen. Wir pushen dich einfach mal ein bisschen. Und ja. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne, gerne wieder. Oh. Okay, dann nehmen wir dich wörtlich. Ja. Gut. Ist ja schön, dass manche etwas größere YouTuber, sag ich mal, noch so etwas mit kleineren YouTuber machen. Freut uns auf alle Fälle sehr, war uns eine Ehre. Und dann sag ich bis zum nächsten Mal, dann wird alles verändert. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.